Schuberts Fahrer Jürgen ist auch in Rimini. Er hat bereits entladen. Wir haben einen eigenen Betriebsroller, den jeder von meinen Fahrern nutzen darf. Das steht da bei der Firma. Das ist optimal, um Pausen sinnvoll zu nutzen. Meine Fahrer können mit dem LKW parken, fahren mit dem Roller ans Meer, essen, baden, wenn es die Zeit erlaubt. Und fahren dann mit dem Roller wieder her, gehen ins Bett und abdüsen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017